So, da mein Bildschirm einfach mal eingefroren ist, muss ich die großen Operationen wieder von vorne anfangen. Oh nein, ich war eigentlich mal brauchbar. Ne, brauchbar nicht, aber ich hatte nicht eine Sebel von 0 zu 40. Ich hab auch mal wen getroffen. Aber ist nicht schlimm. Dann geht's halt von vorne los. Oh, nice. Wir haben die Alliierten monatelang gejagt. Jetzt belagern wir sie in Trubow. Sie planen den Halbfeierpass anzugreifen. Zunächst werden sie unsere Langstreckenartillerie ins Visier nehmen. Unsere Geschütze müssen einsatzfähig bleiben. Ja klar. Okay, ich bin mal wieder Sniper, ich kann's nicht, aber ich mach's einfach, ist mir egal. Ich hoffe, hier gibt's auch irgendwas. Oh. Oh ja. Komm zu mir, Mann. Kettenfahrzeug. Bis zum letzten Atemzug. Oh. 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 Was machen wir eigentlich? Wir wollten mal das Kettenfahrzeug ausprobieren. Jetzt geht's in die richtige Richtung. Ja. Los geht's. Oh. 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 mehr Flugzeuge oh, super lalalalalala lalalalalala dann schick doch wo die Fläuge der Feind hat einen Sprengsatz an Ziel ab und deponiert krass Achtung, Ziel Anton wurde entscharft hmm da kommt schon wieder ein Sprengsatz und ich kann leider nicht als nur lalalalalalalala geht's wieder mal kaputt hat er mich erstochen? hat er mich wirklich erstochen? blühend ich kann es euch hier an nein 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 die Das Ziel ankommen wurde von Fein mit einem Sprengsatz versehen. Alter, jetzt ist er auch da schon. Sollte ich in Verlust die Geräte? Ja, ja, ich hab's doch gesehen. Oh, mein Hunding. Was ist los? Okay, dann gehen wir mal rein. Ich gehe hier. Beitreten, bitte. Oh Gott, ist weg. Alter, ne vernünftige Waffe! Warum keine vernünftige Waffe? Warum nenne ich immer den Scheiß-Sniper, mit dem ich eh nicht spielen kann? Ja, ja, ich will sterben schnell. Na, weil ich ihn angefangen habe und ich möchte jetzt erstmal ein bisschen weiterkommen mit dem Scheiß-Sniper. Was? Gehen wir! Oh, nein! Warum? Ich bin so schlecht. Auch. Aufpassen! Sie haben einen Sprengsatz an Ceyl Anton platziert! Kann ich hier hochspringen? Bitte! Die Landung ist geschehen! Ich weiß ihn nicht wo, ich kann ihn nicht sehen, ich glaube, da! Wir müssen die Entschlossene aufhalten! 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 Ich treffe nichts! Ich treffe einfach nichts! Ich seh den Sniper, da ist er! Einer ist da! Wir müssen die Entschlossene aufhalten! Gut schon, Alter! Ich treffe einfach sehr gut! Mit der Entschlossene? So! Ich treffe vielleicht den Sten! Ich sehe keinen! Doch, ich sehe einen. Einen habe ich. Entschuldigung. Ja, komm schon, komm schon, komm da raus. Was ist los? Und wo willst du rum? Ja, mein Baby. Wir müssen unsere Stellungen befestigen, statt wir bald losbrechen. Ich fahre aber nicht die Treppe runter. Ja. So. Na doch. Naja, allerdings ein bisschen rumgecampt. Da, Quack. Quack. Ja, ich weiß. Doch unser Befehl lautet weiterhin, diesen Pass zu halten. Falls ihr einen Sektor verliert, zieht euch zurück, sammelt euch und setzt den Kabel runter. Der Half-Fire-Pass wird zu ihrem Grab. Ja. Wieder ein Sniper. Der Half-Fire-Pass muss ich zu ihrem Grab haben. Ja. 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 König Butterbrot ist einem Trupp beigetreten. Ach. Butterbrot, da könnte ich jetzt auch drauf. 16 Sekunden noch. Hey, nehm ich Becker! Wir müssen so viele Ziele haben. Wir kontrollieren jetzt alle Ziele. Wir kontrollieren jetzt alle Ziele. Das finde ich scheiße. Das finde ich doof. Warum? Das finde ich doof. Ich will wieder da spawnen. Gott, mein, hier gibt's nischt. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Das war ja sinnvoll. Yeah, Baby. Am Arsch der Welt gespawnt. Nice. Noam. Noam. Oh... Mhm. So, jetzt hab ich erstmal ne Weltreise gemacht. So, wir haben Ziel Werther verloren. So, dann, wir haben Ziel Werther verloren. Ja, wir haben fast alle Ziele verloren. Wir müssen die Ziele des Feindes einnehmen, wenn wir eine Chance haben wollen. Ja. Gute Arbeit, wir haben uns Zielwerfer geholt. Alles gut. Das ist nur der Ziele. Ja, ja, ich sterbe ja nie. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Aufpassen, Ziel CESA ist verloren. Mann, gemein CESA. Alfa, hier, liebe dich weinen. Zu ihmchen. Hey, hallo. Achtung, wir haben soeben vier Nasser erobert. Hallo, oh mein Gott. Das ist ein Messer-Buck hier. Ja, Mann. Wir haben soeben, wir haben soeben vier Nasser erobert. Oh, shit. Ziel Anton ist verloren. Äh... Wir haben doch alle Ziele verloren. Was soll denn los? Dann gehe ich hier zu EG. Dann nehme ich auch irgendwas anderes. Ich brauche, ich brauche... Nein, ich brauche eine andere Klasse. Das geht so nicht weiter. Was habe ich denn hier? Na, ich brauche eine andere Klasse. Komm schon, mach sie platte. Alter! Verdammt! Da ist so ein bescheuerter Panzer. Ok ok ok, ich weiß nicht wo ich starten soll. Wir haben einfach nichts vernünftiges mehr. Oh Gott, oh no! Oh Gott, oh no! Oh no! Wie viel zufrieden? Das ist ja ein Wieser. Wir haben eine Ziele verloren. Ja, ich weiß. Grausam. Hier will ich beitreten. Komm. Also er sitzt jetzt schon seit Sturm, denn hier rum. Oh, Alter. Ah! Sanitäter! Sanitäter! Komm, einer her! Es ist keiner da, Mann. Beitrittsübersicht. Oh, ich sterbe. Das ist ja gruselig. Alter, ich wollte doch nur einmal ans Geschäft. Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Mit dem Sanitäter? Ich sterbe! Mit dem Sanitäter? Sanitäter! Sanitäter! Oh, Alter! Ist das elend hier! Ja, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr, weil das ist echt deprimierend hier gerade. In Anifekte! Mit dem E, überall. Nur Sniper. Oh. Wir haben den Fikussa verloren. Oh. Okay. Und wir haben den Fikussa verloren. Oh. Oh, ich habe noch zu... Du, oh, klar! Komm schon! Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Oh mein Gott, ich hab doch den falschen Modus umgeschaltet, wie schlecht bin ich? 5 zu 12, oh mein Gott, ich bin so schlecht, oh mein Gott. Manchmal krieg ich ein bisschen die Krise hier, jetzt nehm ich wieder die Scheiße. Oh mein Gott, es ist deprimierend, Alter, es ist so deprimierend, oh Gott. Oh mein Gott, ich bin so gut.